Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Aufbau und Bedienung der Kettensäge waren auch ohne Anleitung auch für uns Anfänger problemlos. Die Säge hat sich beim Baumschnitt nicht einmal verhakt, Kette kam nicht runter und die Schnitte waren sauber. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.